Cute Baby Melee, der Kanal für Kinder Ich habe ein paar Kleider gestrickt und gehäkelt und genäht. Ich möchte euch mal heute eins vorstellen. Und zwar fange ich mit einem Nachtkleid an. So sieht das Nachtkleid aus. Es ist lang, mit schöner Spitze eingenäht vorne. Eine schöne Blume als Schmuck. Und natürlich extra weit, dass sie es in der Nacht auch schön bequem hat. Es hat auch schöne Farben, finde ich, mit Blumenmuster, Grün, Beige, alles drauf. So sieht es aus. So, natürlich, wenn sie in der Früh aufsteht, braucht sie auch einen Morgenmantel, dass sie nicht zu kalt wird. Und diesen Morgenmantel, den zeige ich euch mal zuerst so, der ist gestrickt, so schaut der aus, in beige, mit schönen Blumen drauf, genäht, hellblau, schön lang, so sieht er von hinten aus. Und jetzt einen Gürtel dazu machen. Also ich finde es wunderschön. Ich ziehe jetzt das der Barbie mal an. Und jetzt ein Gürtel dazu machen. So, jetzt können wir mal sehen, wie sie angezogen aussieht mit dem Morgenmantel. Schön ihre Länge, bis zu den Füßen. Mit den schönen Blümchen. Schöne weite Ärmel. Kuschelig auf jeden Fall. So sieht es von hinten aus. Schön zum Zubinden. Ich finde diese Kleider einfach schön, weil sie halt einzigartig sind, die gibt es nicht zu kaufen. Und ich habe auch mehrere davon. Sie hat mehrere Sachen gestrickt und gehegelt. Sie hat uns ein Hochzeitskleid genäht. Sie hat sogar von Ken Sachen genäht. Die werde ich in den anderen Videos immer wieder anziehen und euch zeigen, was man selber auch schöne Sachen machen kann. Ich kann es zwar nicht, aber die Schwiegermama macht alles möglich. So ihr Lieben, so sieht es aus. Das war es von mir. Bis zum nächsten Mal. Und weiter schön abonnieren. Tschüss. 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 Vielen Dank.